Die Intercity-Neigezüge der SBB bekommen ein Upgrade. Und zwar kein kleines. Denn für die Erneuerung dieser 44 Triebzüge investiert die SBB rund 500 Millionen Franken. Was hat sich also getan für diese große Summe? Wir sehen uns in diesem Video die zweite Klasse, die erste Klasse, die Business Class, in der ich hier gerade sitze, und auch den rundum erneuerten Speisewagen an und blicken auch noch auf die technischen Veränderungen, die diese Züge nun erhalten werden. All das, noch mehr und auch wann die ersten dieser modernisierten Züge in den Fahrgastbetrieb gehen, erfahrt ihr in diesem Video. Neigetechnik. Ein oft kontroverses Thema bei Bahngesellschaften. Erst vor kurzem berichteten wir über den ICIT, der schon in wenigen Jahren von den deutschen und österreichischen Schienen verschwinden wird. Nach 30 Jahren ist dort dann Schluss mit bogenschnellem Fahren im Fernverkehr. Anders ist das in der Schweiz. Denn hier werden noch bis mindestens 2040 eben solche Züge im Einsatz sein und die Vorteile dieser Technik ausspielen können. Das bestätigen die SBB, indem sie dem Intercity-Neigezug, kurz ICN, nun eben sein zweites, noch umfangreicheres Redesign verpassen. Bevor wir uns das im Detail ansehen, werfen wir aber einmal einen Blick auf die Geschichte dieses besonderen Zugtyps. Die Pluspunkte von Neigezügen erkannte man in der Schweiz in den 1990er Jahren. Einige im Rahmen des Projektes Bahn 2000 vorgesehenen Neubaustrecken waren schlichtweg zu teuer in der Realisierung. Man suchte deshalb alternative Lösungen, um Fahrzeiten auf ausgewählten Strecken zu reduzieren und fand sie in der Entwicklung und dem Kauf einer Neigezugflotte. Durch das bogenschnelle Fahren kann auf kurvenreichen Strecken eine 10-20% höhere Geschwindigkeit gegenüber konventionellen Zügen erreicht werden. Das sind dann wenige Minuten Fahrzeit, die für die in der Schweiz aber so wichtigen Taktknoten und Umsteigermöglichkeiten an großen Bahnhöfen von zentraler Bedeutung sind. Insbesondere für die Jura-Süd-Fußlinie brauchte es bei der Konzeption von Bahn 2000 solche Züge. Startschuss also für die Entwicklung des ICN. 1996 wurden die ersten 24 Garnituren bei einem Konsortium aus Aztrans, Fiat SIG und SWG bestellt, für knapp 500 Millionen Franken zum damaligen Zeitpunkt. 2001 wurden dann für 420 Millionen Schweizer Franken 20 weitere Einheiten beim neuen Konsortium aus Bombardier und Alstom geordert. Die also zwischen 1999 und 2005 gebauten siebenteiligen Züge gingen dann ab den frühen Nullerjahren in Betrieb und veränderten das Schweizer Bahnnetz nachhaltig. Insbesondere während der Schweizer Landesausstellung 2002 standen die neuen Fahrzeuge erstmals im internationalen Rampenlicht. Während die Züge an Knotenpunkten und etwa auf der Strecke zwischen Winterthur und Lenzburg ohne Neigertechnik im regulären Verkehr mitrollen, neigen sie sich auf sonstigen Strecken um bis zu 8 Grad. Mit der damals eigens geschaffenen Zuggattung ICN wollte man Reisende auf die Besonderheit aufmerksam machen, wobei dieser Zweck seiner Vereinfachung seit einigen Jahren im Intercity aufgegangen ist. Lediglich ein TT steht für Tilt Train im Fahrplan und weist Fahrgäste auf den Einsatz des ICN hin, wobei dieser auf seinen Stammstrecken nach nun fast 25 Jahren doch etabliert und bekannt sein dürfte. Es handelt sich um die Relationen von Genf und Lausanne über Biel und Zürich nach St. Gallen, von Biel nach Basel und teilweise auch von Basel und Zürich durch den Gotthard-Basistunnel ins Tessin. Ab und zu übernehmen ICN auch vereinzelte Interregio-Leistungen. Mit der markanten, von Pininfarina designten Frontpartie sind die 44 Züge schweizweit bekannt. Eine siebenteilige Einheit fasst 476 Sitzplätze, wobei oft in Doppeltraktion gefahren wird. Die Garnituren erreichen bis zu 200 km pro Stunde und verfügen über ETCS. Schon 2013 durchliefen alle Einheiten eine erste grundlegende Revision. Nach 4,8 Millionen Kilometern Laufleistung pro Fahrzeug wurden 130 Millionen Franken in die Maßnahme gesteckt. Und Fahrgäste konnten von einigen Neuerungen, wie etwa schnelleren Türöffnungen, einem frischen Innendesign und verbessertem 3G und 4G Mobilfunkempfang profitieren. Nun, gut 10 Jahre später, ist das Interieur nicht mehr ganz so frisch und auch der Mobilfunkstandard bekanntlich ein anderer. Zeit also für das zweite große Redesign, sorgten sich auch die Schweizer Bundesbahnen. Sollte das Programm ursprünglich schon in den letzten Jahren beginnen, steht nun der erste modernisierte Prototyp auf den Gleisen und soll noch in diesem Jahr in den regulären Fahrgastbetrieb gehen. Von Seiten der SBB heißt es, die Züge erreichten jetzt, Mitte der 20er Jahre, die Mitte ihrer Lebenszeit. Halbzeit also und Zeit für die nächsten 20 Jahre in Schuss gebracht zu werden, sowohl von innen als auch von außen. Dort fällt eine frische Lackierung und ein leicht verändertes Außendesign beim Blick auf den Prototypen direkt auf. So erstrahlen die Türen der besseren Sichtbarkeit halber nun in strahlendem Rot und heben sich vom Rest der Seitenpartie besser ab. An der Front des Zuges packt nun ein metallenes SBB-Logo anstatt der bisher weißen Bemalung. Die großen Änderungen tun sich jedoch im Inneren. Mit einem grundlegend überarbeiteten Interieur wartet der Prototyp auf. Jeder Wagen wird komplett entkernt und dann von Grund auf neu aufgebaut. Die Sitze bleiben zwar dieselben, werden aber neu gepolstert und bezogen. Komplett getauscht wurden die Teppichböden und auch der Anstrich an den Seitenwänden ist neu, mit etwas veränderten Farben. Im Laufe der Modernisierung aller Züge werden 20.000 Sitzbezüge getauscht und etwa 7 Kilometer Teppiche gelegt. Die Tische wurden ebenfalls ersetzt und sind nun auch funktionaler. Denn im Gegensatz zu bisher befinden sich die Steckdosen nun nicht mehr über dem Fenster, sondern sind bequem in die Seiten der Klapptische integriert. Das bedeutet aber auch, dass es nach wie vor nur eine Steckdose für zwei Plätze gibt. Eine Ausnahme davon macht die Businesszone in der ersten Klasse. Sie ähnelt der Business Class im Railjet, kommt aber ohne zusätzlicher Aufpreis aus. Hier sind größere Tische zum Arbeiten vorhanden und es befinden sich je vier Sitze in einem halboffenen Abteil. Diese Abteile bieten nun mehr Privatsphäre, da die bisher durchsichtigen Glasscheiben durch Milchglas ersetzt wurden. Hier und nur hier gibt es auch Wireless Charging Pads, die aber beim Test im Prototypen leider nur sehr unzuverlässig funktionierten. Zuverlässig für besseren Mobilfunkempfang sorgen dafür die getauschten Fensterscheiben in allen Wagen. Die Fahrradstellplätze bieten nun bessere Halterungen für Fahrräder und wurden ebenfalls mit einem moderneren Design versehen. Je drei Stellplätze gibt es an den beiden Endwagen. An einem der beiden Wagenenden befindet sich auch die neu gestaltete Familienzone, die zwar keine Spielecke wie im FV Dosto bekommen hat, aber immerhin kindergerechte Illustrationen an den Wänden und für Unterhaltung sorgen immerhin auch die in die Tische eingebauten Brettspieler. Irgendwann während der Reise kommt oft der Hunger und hier kommt dann das komplett neue Bordrestaurantsspiel. Hier hat sich am meisten verändert, denn man hat tatsächlich alle Tische und Stühle durch neue, modernere ersetzt. Außerdem wurde an der Beleuchtung gefeilt und im Gegensatz zum Rest des Zuges neue, moderne Decken-LEDs verbaut. Auch in allen anderen Wagen soll das Licht nun zwar ein anderes und freundlicheres sein, aber die Verkleidungen sind dort gleich geblieben. Die Stühle sehen äußerst stilvoll aus, sind aber leider nicht weicher als eine Holzbank, auch wenn sie optisch vielleicht anderes vermuten lassen. Vielleicht gibt es hier aber auch noch Änderungen, entsprechendes Feedback haben wir jedenfalls abgegeben. Die Küche erstrahlt ebenfalls in neuem Glanz und ist für moderne Züge wirklich riesig, mit vielen Maschinen und einer Menge Platz für die Mitarbeiteten. Ebenfalls komplett neu ist die Fahrgastinformation, welche nun mit Bildschirmen an den Wagenenden zeitgemäß gelöst wurde. Weitere Änderungen umfassen etwa eine Verjüngungskur für die Toiletten, den Einbau von Beleuchtung bei den Einstiegsstufen und weitere Anpassungen an aktuelle Normen. Zusätzlich steht das gesamte Redesign im Lichter einer möglichst gesteigerten Energieeffizienz. Dazu werden auch Komponenten wie Drehgestelle und Motoren völlig erneuert und Korrosionsablagerungen entfernt. Nichtsdestotrotz gibt es auch Problemstellen, an denen sich auch kaum etwas geändert hat, obwohl die Möglichkeit im Rahmen des Programms wohl bestanden hätte. Zu nennen sind hier etwa die lediglich sechs Fahrradstellplätze, wobei gerade hier in den Sommermonaten eine deutlich höhere Nachfrage zu verzeichnen ist. Warum man hier nicht auf die Bedürfnisse der Fahrgäste eingegangen ist und beispielsweise einen Teil des Postabteils mit Fahrradstellplätzen versehen hat, das haben wir Linus Loser, Leiterproduktion Personenverkehr der SBB, gefragt. Am Schluss ist es immer ein Kompromiss, was gibt man Preis für etwas anderes. Der Zug der ICN selbst hat 476 Sitzplätze. Diese zu opfern für Veloplätze, das hätte uns getroffen, weil wir brauchen diese Kapazität. Wenn wir in Doppeltraktion verkehren, haben wir dann rund 952 Plätze und deshalb war es nicht möglich, zusätzliche Veloplätze auf diesem Zug zu schaffen. Auch das Logistikabteil brauchen wir für einfach den Gepächttransport, der eben halt auch mit der Bahn stattfinden soll und nicht auf der Straße. Modernisiert wurde der erste Prototyp im SBB-Werk Iverdon-Le-Bain. Hier sollen auch alle 43 weiteren Einheiten der frischen Kur unterzogen werden. Immer zwei Züge gleichzeitig passen in die Werkshalle, wobei eine einzelne Überarbeitung rund 14 Wochen benötigt. Zusätzlich kommt noch das vorherige Trennen und spätere Zusammenfügen der siebenteiligen Garnituren. 150 Mitarbeiter unterarbeiten im SBB-Standard in Iverdon und werden die Arbeiten bis voraussichtlich 2031 abschließen. Das ist zumindest der Plan für die gesamt 308 Wagenkästen. Ein sicherlich ambitionierter, aber auch teurer Plan. Steckte man in das erste Redesign 2013 noch rund 130 Millionen Franken, ist es nun eine halbe Milliarde. Was auch nach der Inflationsbereinigung eine ordentliche Summe ist und nicht weniger vom Glauben der SBB an die Neigezugtechnik und deren Zukunft zeugt. Ende diesen Jahres wird es jedenfalls soweit sein und der Prototyp hier auf den Bildern geht in Betrieb. Das übrigens auch in Doppeltraktion mit den noch nicht modernisierten Einheiten, was der Grund ist, warum sich im Führerstand verhältnismäßig wenig geändert hat. Im Sommer nächsten Jahres startet dann der reguläre Umbau der Fahrzeuge, sodass sukzessive immer mehr Fahrgäste von den Vorteilen der modernisierten ICN profitieren können. Habt ihr schon Erfahrungen mit dem ICN? Und welche Charakteristika schätzt ihr am meisten? Teilt eure Gedanken zum Midlife Refit doch gerne auch unter diesem Beitrag. Damit sind wir am Ende des Videos angekommen. Wie immer herzlichen Dank für das Interesse und gerne bis nächste Woche. Und wie immer herzlichen Dank für's Zuschauen.